Ja, was geht ab? Und wir sehen uns in Frankfurt. Oh ja, Frankfurt. Komm jetzt mal hier so über rechts. Und vorhin... Komm jetzt mal hier so über rechts, über links, und... Wuhuuu! Wann das? Luschenkommando oder was? Hallo! Ich sollte mal die Taste drücken, dass du ihn dem Ball wegnehmen, ne? Na, verhärm. Oh, wie war denn da? Robust? Fuck. Ja, besser ein Einwurf als irgendwas hier. Hm. Hm. Nee! Nee! Jetzt tun die mir schon neunten Minute vorm Tor rum. Also, irgendwas ist hier eine verkehrte Welt. Oh, klar! Oh, klar! Meine Fresse! Was ist denn jetzt hier los? Mann! Mann! Krieg hier gleich wieder den... Pfff! Ja, ist klar, ey. Komm, rauch doch noch mal deinen Schein, oder was denn auch immer, wie ihr euch da mal reinzieht. Mann! Was ist denn hier? Das goldes Deckling ist aber gut gekommen. Mann! Ja, und pass! Mann! WUT THE HEAD! Never mind! Ach... Denn... ...nie. Ah! Mann, jetzt mach doch mal was draus. Mann, klemm dir deinen Satz, Alter. Ganz ehrlich, leck mich. Nee. So, jetzt könnt ihr gucken, wie er labert. Ey, tu mir das doch nicht mehr an. Puh. Das Gelaber, ey. Jeden Part die gleiche Scheiße. Bin nur die Schizophrenie oder was? Meine Fresse, ey. Äh, ja. Mann. Mann. Mann, ey. Da kommen sie mal an, schneiden sie einem rein und brechen einem fast die Beine. Aber bei einem ist es dann gleich faul. Einfach mal raufziehen, ist doch cool. Ih, was denn das für eine schule Ansicht. Schade. Bämsen. Bäm. Oh, ist ja so still. Ja, Dortmund. Zuletzt haben zumindest die Einsatzfälle der Kampfgeist gestimmt. Die müssten eigentlich noch eine Menge viel Selbstvertrauen haben. Oh, ist das so abbärmlich, Alter. Wirklich so abbärmlich. Das darf man gar nicht ausstrahlen. So schlecht. Nee. Das ist so. Äh. Äh. Ist das einfach. Was sind so Chancen? Da denkst du so. Boah. Was hat er denn jetzt genommen? Boah, ey. Scheiße, ey. Machen wir's besser jetzt. So, zieh an. Klopp in den Ball weg. Ball weg. Oh, schon verschissen, ey. Oh, ja. Tont euch aus. Wieder so drei Leute auf einem Haufen. Ja, weil ich da ganz entspannt war. Und wieder über außen. Ey. Ey. Ja. Diese Kommentar. Ganz ehrlich. Sorry. Wenn ich damit jetzt einen irgendwie beleidigen sollte, aber ganz ehrlich, so kann man einfach nicht spielen, dass die da für Grütze labern und echt in jedem Part kommen die da mit dem gleichen Satz. Da kriegst du einfach Motten. Das war ein schöner Pass hier. Lass mich doch los. Ey. Wo der hin gehen sollte, frage ich mich auch gerade. Alter Leute, Frankfurt. Genau. Perfekt. Perfekt. Ficken. Mann. 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 Nau. �oll these. Noob. Okay. Ich dachte jetzt. Noство Mann. Leute. Ey. Gibt es auch mal einen fünften, den ihr anpassen könnt. Jetzt kriegst du ne Gelbe. Verarscht Oma Jetzt wurde er gleich ausgewechselt Oder was Scheiße Das war aber glaube ich not so viel hat gefehlt Och der hätte so schön gepasst Also die Ansicht finde ich hier persönlich ein bisschen kacke Vor allem wenn man so viel sieht Ist irgendwie schon erbärmlich Ruppt mich Latscht mich um Ist okay Da ist er ja der gelbe Typ Kannst du über abkacken Ach ey Leute Wo soll Dortmund nur landen Auf der Tabelle sind wir bestimmt irgendwie Die letzte oder so Ey jetzt Ist klar Hallo Können wir jetzt mal Und so Ach man Bist ja auch schlau wie ein Toast ey Gut Wie er nicht mal festhalten konnte Einfach Ja was denn Ey ich wollte noch schießen Junge Boah voll Arsch Begin Ach weißt du was ist mir sowas von egal Schon dumm Er pfeift eh gleich ab Jede Wette Halt durch man Rangelhoff Rangelhoff Letzter Schuss Letzter Schuss Ach geil Tja dann nicht Man wie ich hier immer nur null rausgiere ey Es kotzt mich irgendwie langsam an Auch wenn wir Spieltag 5 sind aber Tabelle will ich gar nicht gucken Ach da Boah Schon wieder der HSV ey Bayern Naja haut da